alle hallo und willkommen zurück bei let's play minecraft ultra hardcore mit brilli b ja hallo ja wir haben schon in der ersten folge einiges erlebt ja sehr viel also hier geht es nicht weiter wir müssen ja was machen am besten wir müssen hier sind etliche bogenschützen hinter dem müssen wir die andere richtung vielleicht ich weiß nicht ob der spawner hier da bis dahin kommt aber ich glaube lass mal versuchen hier dennoch da stehen soll ich krieg die von ihr halt relativ gut okay doch kommt 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 sein einer ist weg wir hatten als pech direkt ins borne zu finden wir sind schon scheiße gespawnt noch einer ist weg brille macht noch einer ist weg aber der da steht jetzt blöd da ist auf jeden fall das ist jetzt sieben stück die ich hier gefilter ja das macht das gut sein das bringt ja wirklich nichts jetzt sind glaube ich gerade alle weg soll ich mal versuchen wir sind was sind wir dann wenn ich noch was zu bauen ja den kurdes borger links von uns ich brauche mich gerade aus die geräusche stören wir sind jetzt der spawner ist auf jeden fall ja besser ist das ok 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 ich fange hier direkt eine branch an ja ja genau die branch du ich bremste immer so drei dazwischen und dann nächster branch ja so genau was auch war erstmal riesengang gibt es das eigentlich kann man hier in normalen minecraft aus cobblestone sticks machen oder braucht man für fackeln auf jeden fall holz fackeln da muss auch holz machen ich habe hier x braucht man für fackeln ich brauche eine eisenspitze hast du ich brauche hier gerade einen ofen hast du eine werkbank wo ist eine werkbank wo ist eine werkbank lass mal hier so einen kleinen raum bauen da oben ist einer oben ist eine wo oben ist rechts treppe hoch da ist auch ein ofen den kannst du mitnehmen da ist noch eisen drin kannst du rausnehmen ich nehme die sachen einfach mit hier ne ja ding so das sieht noch schlecht aus kein anderes team ist hier in dem hotspot gespawnt wie wir ordentlich zur sache ja das wäre auch so einfach ne oh das hier ist schlecht wir müssen uns doch ein bisschen runter bauen weil wir haben hier die ganzen monster in der nähe dass man oder ist noch diamanten dann lassen wir einen damit ich auch das ja ja klar ich wollte gerade die hacke geben nur er genau bist du hier bin ich bei dem diamanten ding bitteschön das sind ja man ich hatte mich schon gewundert perfekt habe ich jetzt das erschienen da ist so auch ich habe ein herz bekommen dazu das ist natürlich leer ja mach du mal radias ich mache hier weiter mit da gibst du mir die hacke wieder ich baue jetzt auch noch eine zweite es wird nötig genau so 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 auf die gismen erfolgen weiter ich habe diamanten der nächste verzauberer man für sich wirf einem diamanten einen anderen spieler zu pass auf schrift der diamanten zu auf ok das ist mit dir ging das hast du bekommen war nochmal ok vielleicht muss ich richtig treffen geht noch mal an 1 zurück bewegt dich nicht geht nicht egal ich muss hier weiter machen hier ist jetzt wir stehen hier rum und werfen uns die scheiße zu ich bin hunter ja gut bringt ja was anscheinend haben wir noch genug holz eigentlich mit ich habe jetzt noch zehn planken elf planken und ein paar sticks ich habe acht blöcke also acht eichenholz wirst du lang hier ist ich gehe hier mal in die richtung hier war es da gab es schon mal die erst das ist vielversprechend ja ich gehe dann mal hier irgendwo biege ich mal ab shit immer mal eine hacke bauen eigentlich können wir nicht sogar wie viel iron haben wir denn eigentlich momentan ich habe hier noch 29 eine volle rüstung braucht 25 oder 24 ich glaube 24 ich glaube 24 weil das müssen wir dann uptime aber den rest können wir eigentlich verbraten oder brauchen wir noch irgendwo ja klar das geht ja schneller wenn wir hier mit iron uns durch die gegend hacken auf jeden fall wir haben ja auch noch zeit ist eine folge 100 minuten sind es also 5 vor ja stimmt zum wobei die anderen natürlich riesen vorsprung haben meinst du wollen wir noch nicht einmal leben also wir haben ja schon einige skelette hier getötet da sind wir im vorteil also wir haben kampf erfahrung würde ich mal sagen genau kampf erfahrung so kannst du den gang da bei dir immer weiter graben oder so dass wir den als hauptgang nehmen ja zum hauptgang hier ist lava ich kehre dann hier mal zurück ich mach 3 frei ne jo oh ich hab diamanten gefunden sehr gut Mensch der eingebauten diamantenradar der Güte schön wärs schön wärs wie viel sinds denn 3 perfekt dann haben wir ja jetzt schon ein paar ich bau die mal ab sollten wir uns oh hier ich auch oh 4 5 wir gehen ab 6 diamanten ich hab auch noch 5 ja dann diamantrüstung krass ja ich überleg grad sollten wir uns nicht lieber vielleicht diamantschwert erstmal bauen weil wir ja diamantschwert wäre geil dann können wir also wie viel hast du jetzt insgesamt ich hab jetzt 6 ich hab 13 diamanten dabei ja da können wir uns ja beides bauen spitzhacke und schwert oder brauchen wir nur eine spitzhacke eigentlich brauchen wir die spitzhacke ja nur für obsidian abzubauen dann bauen wir nur eine komm dann bauen wir uns mit iron lieber alles klar ich mach noch schnell ne fackel es sei denn wir finden jetzt noch viel uch da ist er ja oh hi es sei denn wir finden jetzt noch irgendwie viel mehr da können wir uns ja da kann ich mir auch noch eine bauen ja so ich geh mir gerade äh gut ich geh mir gerade ein schwert bauen wir brauchen auch noch mehr öfen wir brauchen auch noch mehr öfen wir brauchen auch noch mehr öfen wollen wir noch zwei öfen oder drei so 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 okay dann habe ich die spitzhacke willst du die bauen weil ich bin der mit dem wenigsten leben sage ich mal ähm so ja kann ich machen diamant ja ich lebe am gefährlichsten deswegen wäre es gut pass auf ich gibt ja auch mal die die mann wobei ist ein stuf theoretisch kann ja jeder sterben theoretisch kann ja jeder sterben die erschwert ja ja da habe ich jetzt noch einen habe ich jetzt noch übrig quasi den selbe ich mal für den table dafür brauchen wir zwei insgesamt ne oh genau gut ich hab ja auch noch äh ich hab noch elf also ich brauche meine chest jetzt habe ich kein holz mehr danach also ich hoffe du hast dann noch was hab noch sonst müssen wir halt irgendwann nochmal hoch das ist auch nicht das problem aber so ich hab hier mal eine chest gebaut dann machen wir mal die ganzen stuff rein ich geb dir mal die hälfte so da liegen 16 holz hinter dir auch im gang ach sehr cool danke mhm so oh das coole ich hab sogar ein pfeil sehe ich gerade ich hab auch ein pfeil so wissen was wir aber jetzt mal finden sollten langsam ist gold oder haben wir jetzt ja gold wäre gut haben wir jetzt noch nicht so viel warte mal wo ist denn jetzt mein gang gewesen ich hab wie viel braucht man wir brauchen acht ne acht für einen goldenen apfel äh ja und ich hab und ich hab sechs gold erz ja gut dann haben wir ja schon bald einen da ist noch da ist noch ein neues nehmen dass das vielleicht nicht so sinnvoll ist aber gut was soll man machen ich hab jetzt dieses snk fotorealism irgendwas ok kenn ich nicht hast du das auch bei brilli baut oder da würde ich anderes hast du da aufgehört bei brilli baut oder weil da kam keine folge mehr es startet nicht mehr ich hab alles versucht von heute auf morgen startet einfach nicht mehr also er startet laba gefunden was hast du laba ja übrigens ne dings immer abbauen oder gut scheiße oh da war knapp da wo ich war hat kein skelett von oben auf mich herabgeblickt ich weiß gar nicht herabgeblickt ich grab hier jedenfalls ich guck mal da ist auch noch klar wir sollten vielleicht auch mal nach anderen spielern ausschalten ne falls die uns sehen ja wie groß ist die map was du meintest 3000x3000 ne 3000x3000 ja sollte es ja eigentlich noch gehen so moment mal wie viel eisen haben wir noch eisen rein beim anderen mach ich mal gold rein ich hab noch 6 iron im inventar laba ist doof oh oh team dunkelblau was denn team dunkelblau sieht schlecht aus dunkelblau guck mal das steigert unsere chancen ja enorm auf jeden fall auf jeden fall jedenfalls team dunkelblau heißt ja schlachtet das wombat ja wenn die weg sind bin ich zufrieden alles andere ist mir egal ich will nur nicht durch die umkommen sag ich mal viel eisen hab ich noch noch 3 eisen könnten wir uns eisenrüstung bauen ja können wir mal mit anfangen klar aber ich hab jetzt nicht mehr viel gefunden ich hab nicht so viel ich hab hier noch 4 ich hab jetzt 7 so warte mal ne brust ne brust sind 8 ne hose sind 7 ich mach mir mal an die schuhe brauchen wir gar nicht ne stimmt die schuhe haben wir ja nicht ich mach mir mal helden ich hab fünf ich mach mir jetzt mal einen helm warum ja ein helm so helm haben wir ab weil ich könnte eine hose ich mach eine hose so wie viel schmelzen wir grad ein da ist noch was da ist noch was ja warten wir mal ab ähm ich wundere mich halt nur ehrlich gesagt warum wir hier kein gold finden oder wenig gold ist das mod spezifisch hier vielleicht dass gold enorm wertvoll ist ich weiß nicht ob gold ich weiß nicht ob gold auch ähm wie soll ich sagen auf einer bestimmten höhe auf welcher höhe hört denn das auf zu sparen irgendwann hat es ja auch auf okay ich bin mir jetzt nicht ganz sicher aber ich mein schon hier grabe ich jetzt gerade mein branching system alter falter da oben ist noch eisen okay nur über uns auch nicht gesehen eisen ist gut eisen ist unser freund zurzeit kautzipper hat jemand eine kuh gefunden oder was buchschubser okay ja äh was ich sagen wollte die ganze zeit redstone immer abbauen ne gibt's schöne erfahrung ja gibt genau ich hab noch keinen gesehen ich hab schon etliches heim gesammelt irgendwie und richtig viel gesehen eisen erz schon wieder redstone ey was ist denn hier los was bist du pass auf ich hab jetzt noch zwölf eisenerz und wenn du hosen und ein halb für dich ja mal so eine hose für rüste hosen für die schatten halb für mich rüste du dich erstmal komplett aus einfach dann sehen wir was übrig bleibt weil du hast du weniger na gut okay wir werden ja schon noch irgendwann was finden hoffe ich und wenn nicht dann kämpfe ich halt nackt ja was brauchen wir rüstung überhaupt ja eben wir haben die nahkampferfahrung und die nahtoderfahrung haben wir auch die haben wir auch schon ja aber uns geht es nicht mehr am schlechtesten ja das stimmt also äh hier schneckball und fresh fries und diesen teams geht es echt gut ansonsten geben wir uns mit den anderen nicht viel ja so ich brauche so ich hab mega eine hüllenwarnung erhalten ja leute das ist ich hab gold ich hab gold sehr schön das ist mal was anderes hier was ist das was ist das ah das sind schon wieder diamanten hallo hallo ich denke mal das ist lapis aber ist es nicht da hab ich mir den richtigen teampartner ausgesucht so wir waren wieder sechs stück also ich würde sagen diamant rüstung willkommen und es weiter so geht sieht langsam echt gut aus sieht echt gut aus ja ja geil das noch mal eisen da habe ich noch mal sechs gold dann hätten wir zwölf gold ich hacke jetzt hier mit der dire spitzhacke mich gerade durch die gegend weil es einfach viel schneller geht na gut die hat ja so viel haltbarkeit ja eben so wir haben 36 ähm eisen ok ja dann rüste dich mal aus dann gucken wir gleich ja ich hab nen helm den hab ich gar nicht auf so pass auf dir fehlt ne brust ne ja ne brust ja leute und ne und ne hose ne ja das ist was anderes als brady baud ich hab die ganze zeit schwitzige hände mein puls ist wahrscheinlich maximal ich bin auch total nervös ich bin so am zittern durch diese durch dieses crafting table ding ne hose brauchst du noch ja das wäre nett also hose und brust ich komm zu dir siehst du mich überhaupt ich bin ja versuch dich zu finden ja gut ich weiß ja wo dein branch ist ich komm dir mal entgegen ich hab so einen langen gang habe ich gegraben ich seh dich ich seh ich seh zumindest dein ja dein namenfeld jetzt jetzt laufen wir wir haben auch ganz schön gelitten hier 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 oder wo bist du da äh wo bist du denn jetzt da nein doch da ja ich geh in deckung dann kannst du dich durchbauen ja hier ist noch äh redstone achto so hier ist schon mal die brust sehr geil und die hose vielen dank perfekt sehr schön ich würde mir gerne einen goldapfel bauen mach dir das mach das wie viel hast du noch wie viel gold danach hätte ich noch vier sehr gut dann können wir ja bald einen zweiten bauen ja ich bin ja sowieso ich habe ja noch acht herzen ja äh mach du dich erstmal da dass du wieder ein bisschen regeneriert bist ok gut dann sag schon mal danke kein thema hast du noch einen apfel ich hab nämlich noch einen ich hab noch einen apfel ja gut so goldner apfel rein damit das sauber da regnen sie sich hoch da ups entschuldigung was war das für ein geräusch verrückt da ist der arbeitsbombi wieder rausgekommen ah super so wie lange regt er sich denn ich hab keine ahnung wie sieht man das denn oh ich hab absorption jetzt ne weile oh die haben schon verzauberer krass hast die verzaubern schon ich bin so schnell zurzeit was denn da los da haben wir uns jetzt gar nicht mehr drüber kümmert ne ne na gut aber verzaubern brauchen wir nicht wir brauchen es nicht haben wir nicht nötig soweit so ähm dann bauen wir weiter oder ja ich bin hier wie gesagt weiter am branchen da haben wir irgendwie machen wir irgendwie sagen wir wir branchen bis folge vier mitte oder so oder wie ich weiß nicht kam der marke überhaupt schon mal der andere marke an den das weiter noch nicht so wir haben auf jeden fall sauviel eisen sehr gut ich hab jetzt gerade auch keine eisenspitzhacke mehr die ist gerade kaputt gegangen nutzt sie zurzeit als wacke halt ja kannst du ja auch gerne da ja ne bauen oder damit du auch eine hast geht halt viel schneller ich hab genug ja hast recht hast recht das ist eine umstellung hier bei meinen mods da da kann man halt aus steinen halt auch sticks bauen also so stone sticks das ist ja cool das ist dann natürlich ich bin zu blöd um ein schwer zu bauen ne okay moment die zackerselte es sein gut bibliothekar hat ja schon buch alter vater der marder ja alles scheeter den marder geht es wieder richtig gut den geht es wieder richtig gut ja das ist alles cheater hier muss man einfach so sagen wie es ist ja wir sind hier nochmal lava ich grad mich hier so vollkommen aber wirklich vollkommen planlos durch die Gegend gerade ich wollte mal gucken der ist noch mal gold sehr schön sehr geil so warte mal jetzt hier mal bis hier ein Stück sehr schön haben wir noch ein apfel jetzt ne oh hier ist eine hülle hier ist eine hülle ich mach grad zu knappe kiste so redstone was bist du für ein level momentan 11 ich bin schon 16 oh weil ich hier die ganze Zeit redstone finde irgendwie ja ich hab noch nicht so viel gefunden muss ich sagen da ist noch was eisen so pass auf jetzt habe ich wieder so viel erz ich gehe halt erst 1000 creeper ach du kacke oh oh wenn ich gar nicht bummiere kann mir aber nix der könnte höchstens in die lava springen das machen sie nicht oder? machen sie das? ich weiß es nicht ne aber ich kann ihn schubsen boah ich dachte grad du bist gestorben okay dann müssen wir uns jetzt mal hier an die abmoderation wagen ja dann vielen dank fürs zuschauen ja klar vielen dank fürs zuschauen leute ja es wird spannend langsam bekommen wir wieder aufwärts es ist wieder aufwärts gegangen ja genau na gut und dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten Folge auf jeden Fall ciao Leute bis dann Leute der der die das ist